Das hier ist die Regensummenkarte bis zum 20. Mai vom europäischen Wettermodell. Alles zusammengerechnet, was könnte fallen? Und wir sehen von Osteuropa kommend über Deutschland bis nach Südwesteuropa kommt wirklich wenig Regen runter. Viele jubeln ja, tolles Badewetter, schönes Wetter, gefällt mir. Aber ist dieses trockene Wetter wirklich für alle schön? Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Wie schaut es bei euch aus? Ist es da vielleicht zu trocken? Braucht ihr mehr Regen oder gab es genug Regen? Ich freue mich über eure Kommentare. Auf jeden Fall braucht die Natur und auch die Landwirtschaft und auch die Hobbygärtner brauchen endlich mal etwas mehr Regen. Und das hier ist der Niederschlag. Alles aufsummiert bis zum Sonntagmorgen vom deutschen Wettermodell. Und wir sehen weiterhin kaum Niederschlag hier über Deutschland. Nur hier im Norden fällt ein bisschen was und im Süden Richtung Alpenrand, sonst bleibt es ziemlich trocken. Und der Mai könnte auch zu warm ausfallen. Das hier ist die Prognose für die Temperaturabweichungen für den Mai 2022 vom europäischen Wettermodell. Und wir sehen hier die gelben Farben, das heißt 0,5 bis 1 Grad zu warm. Und diese Farbe, das steht für 1 bis 1,5 Grad zu warm. Also unterm Strich wahrscheinlich ein leicht zu warmer Mai in diesem Jahr bei uns in Deutschland. Wir schauen gleich mal am Ende von diesem Video, wie geht es weiter im Juni, im Juli, im August und im September auch. Was sagt die Prognose vom europäischen Wetterdienst? Sehr schön aufgelöst. Ja, und die Waldbrandgefahr ist natürlich hoch. Heute Stufe 5 von 5 hier im Osten des Landes, aber auch hier Richtung Rhein-Main-Gebiet Stufe 4 bis 5. Kein Wunder bei der niederschlagsarmen Wetterlage. Und auch der Graslandfeuerindex erreicht Stufe 4 von 5. Eine hohe Wiesenbrandgefahr, etwas entspannter ist es nur hier im Norden des Landes. Da gab es ja gestern ein klein wenig Regen, beziehungsweise hier und da Regenschauer. Da ist die Lage etwas entspannter als in den vergangenen Tagen. Weiterhin hohe Luftdruck über weiten Teilen Europas. Dieses Tief hier ist kaum wetterwirksam. Das sehen wir hier auf der Wetterkarte heute. Es sind nur ein paar Wolken im Norden, die mit dem Tief zusammenhängen. Ansonsten viel Sonnenschein und richtig schönes Wetter. Da haben wir es wieder, das schöne Wetter. Für die meisten ist es schönes Wetter, aber ich sage es nochmal, wir haben wirklich viel zu wenig Regen. Die Temperaturen, die erinnern wenig an die Eisheiligen, die haben wir ja heute. Heute starten die Eisheiligen. Temperaturen um die 19 bis 20, 21 Grad im Norden, sonst 25 bis knapp 30 Grad am Oberrhein. Da ist also der erste Hitzetag des Jahres möglich. Und von Bodenfrost, wie normalerweise bei den Eisheiligen üblich, ist weit und breit nicht zu sehen in der kommenden Nacht. Tiefstemperaturen 16 bis 9 Grad. Das ist verdammt warm für eine Nacht im Mai. Viele Wolken, teilweise auch noch ein Regenschauer oder mal Richtung Schwarzwald ein kurzes Gewitter. Wie geht es danach weiter? Nun am Donnerstag weiterhin wechselhaft. Im Norden noch ein Regenschauer, sonst viel Sonnenschein, 19 bis 25 Grad. Auch der Freitag kühler als jetzt heute, aber auch nicht wirklich kalt. 18 bis 24 Grad, völlig normal für die aktuelle Jahreszeit. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Und wir schauen auf den Samstag, auch der sehr freundlich. 20 bis 25 Grad. Besonders hier im Westen und Südwesten gibt es wieder einen Sommertag. Wie geht es danach weiter? Nun auch der Sonntag bleibt überwiegend freundlich. Bei viel Sonnenschein 20 bis 27 Grad. Der Montag 21 bis 27 Grad. Und der Dienstag bringt uns sogar Temperaturen um die 21 bis 28 Grad. Vielleicht zum Nachmittag auch mal Richtung Schwarzwald ein kleines Gewitter. Das hier ist die moderate Berechnung. Das europäische Wettermodell rechnet immer wieder mit Temperaturen von 30 bis 33 Grad. Zum Dienstag und Mittwoch nächste Woche. Ich habe es mal ein bisschen reduziert auf die Prognose vom amerikanischen Wettermodell. 21 bis 28 Grad. Weil es geht gerade immer wieder hin und her, rauf und runter mit den Hauptläufen. Deswegen, es wird nächste Woche wieder wärmer werden. Das scheint sicher. Wie warm ist aber noch unsicher. Wir schauen hier mal auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland. Und zwar vom europäischen Wettermodell. Und da sehen wir wirklich einen gewaltigen Wärmeberg nächste Woche. Und einen sehr lang gezogenen Wärmeberg. Temperaturen teilweise über 10 Grad. Im Mittel in 1500 Metern Höhe. Der Hauptlauf immer oben mit dabei. Teilweise ein krasser Ausreißer. 15, 16 Grad. Und hier noch der aktuelle Wärmeberg. Richtig klein gegen diesen großen, lang gezogenen Wärmeberg. Und ab und zu sind auch im Norden mal ein paar Niederschläge mit dabei. Und auch hier die Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell für Westdeutschland bis zum 25. Mai in Sachen Regensummen. Ja, das ist gar nicht mal so wenig, was da runterkommen könnte. So bis zu 25, knapp 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Aber wir sehen auch hier große Unsicherheiten. Läufe bis 80 und Läufe, die sehen gerade mal 2, 3 oder 4 Liter Regen pro Quadratmeter. Wir schauen weiter nach Ostdeutschland. Auch hier auf die Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell. Auf die Temperatur in 2 Metern Messhöhe. Anfangs um die 20 bis 25 Grad. Danach ein bisschen kühler am Wochenende. Danach die Woche drauf wieder bis zu 25 Grad. Einzelne Ausreißer Richtung 33, 34 Grad. Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Niederschlag ab dem 19. 20. Mai. Und wir schauen nach Süddeutschland. Das ist jetzt die Ensemble-Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Und hier sehen wir die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Es bleibt auch hier erstmal bei diesem Wärmeberg. Danach nächste Woche ein bisschen über dem Klimamittel liegen wir da drüber. Aber eben nicht so ausgeprägt, wie es das europäische Wettermodell berechnet. Mit diesem riesigen, langgezogenen Wärmeberg. Da ist das amerikanische Wettermodell zeitweise etwas moderater. Macht aber auch Niederschläge ab dem 20. 21. Mai. Das sind eben meist Schauer und Gewitter. Und wir schauen in die Landesmitte. Auch hier bis zum 26. Mai. Hier die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe. Und wir bleiben erstmal bei 20 bis 25 Grad. Zum Wochenende etwas kühler. Und dann nächste Woche wieder ansteigende Werte auf 20 bis 25 Grad. Und dazu erstmal kaum Niederschlag. Erst ab dem 21. 22. Mai gibt es vermehrt Signale für einzelne Schauer und Gewitter. Wie versprochen, schauen wir jetzt mal auf die Prognose für Juni, Juli, August und September. Und zwar die Prognose vom europäischen Wettermodell. Was sagen hier die Temperaturabweichungen? Wir sehen für den Juni Temperaturabweichungen von 0,5 bis 1 Grad. Das ist dieser gelbe Bereich. Und die orangen oder bräunlichen Farben, das ist 1 bis 1,5 Grad zu warm. Also der Juni soll in weiten Landesteilen zu warm ausfallen. Und jetzt schauen wir mal in den Juli. Und der zeigt besonders hohe Abweichungen. Weit verbreitet 1 bis 1,5 Grad zu warm. Im Westen und Osten noch 1,5 bis 2 Grad zu warm. An den Küsten und im Norden 0,5 bis 1 Grad zu warm. Und wir schauen in den August hinein. Und auch hier insgesamt flächendeckend ein zu warmer Monat. Im Norden 0,5 bis 1 Grad zu warm. Sonst hier 1 bis 1,5 Grad zu warm. Und hier im Westen und besonders im Südwesten wieder 1,5 bis 2 Grad zu warm. Wir fassen also zusammen. Der europäische Wetterdienst zieht alle drei Sommermonate als zu warm an. Wobei der Juli wahrscheinlich die größte Abweichung haben wird. Hier sehen wir ihn nochmal. Wie gesagt, hier sehr flächig gesehen bis zu 2 Grad wärmer als das Klimamittel. Und was könnte der erste meteorologische Herbstmonat bringen? Naja, nicht mehr ganz so dramatisch. 0,5 bis 1 Grad. Im Norden völlig normal. Und auch im Alpenraum völlig normal. Naja, das lässt sich doch gut angehen. Aber für den Sommer, da berechnen die Europäer eher einen deutlich zu warmen Sommer. Und das berechnet übrigens auch NOA mittlerweile. Das hier sind die Temperaturabweichungen für Juni, Juli und August. Und wir sehen hier orange. Das steht für 0,5 bis 1 Grad. Aber hier im Nordosten und hier im Süden und Südwesten ist es eher rot. Und das ist 1 bis 2 Grad zu warm im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Also die beiden führenden Wettermodelle sind sich mittlerweile relativ einig. Das soll doch eher ein zu warmer Sommer werden. Und wie schaut es aus in Sachen Niederschlagsabweichungen für den ganzen Sommer? Hier schauen wir auch mal auf die NOA. Und da sehen wir besonders hier im Nordosten und auch im Süden etwas zu wenig Niederschlag. Ansonsten ausgeglichen. Das sind dort die Bereiche, wo es die weißen Farben gibt. Es geht also sehr spannend weiter. Nächste Woche wieder wärmer, vielleicht sogar große Hitze. Zumindest nach den Europäern wäre das möglich. Dann lassen wir mal erst ein Fragezeichen dahinter. Und der Sommer könnte nach dem amerikanischen Wettermodell, aber auch nach dem europäischen Wettermodell zum Teil deutlich zu warm ausfallen. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und bis bald.